Liebe Blues-Freunde, am 10.04.04.2019 werden die Leibniz die zehnten Plus-Tage mit einem erneut reichhaltigen Kontakt. Was ist Oliver? Die zehnten Leibnizier Plus-Tage? Nein, ich komm! Die Plus-Messengers, da reiß ich mir den Gips runter. Das brauchen wir nicht mehr. Ich nehme meine Sticks. Jetzt fallen mir die Sticks noch runter. Ein paar Platten brauche ich mit. Jetzt habe ich noch einen Platten. Ein Blech brauche ich auch noch, damit ich spülen kann. Nein, jetzt fällt mir das alles runter. Ich komm! Alex, du musst den Plus reinpacken. Wir müssen fahren. Die Leibnizier Plus-Tage gehen los. Wir fahren gleich. Oliver, wir kommen! Alex, setz dich! Dannt dich! Schau, schau, schau! Schau, schau. Ja, schau. Schau, schau! Spannungsieren. Bis zum nächsten Mal. Alice, schau. Schau, Schau. Schau. Schau, schau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017